Hallo zusammen, begrüßt euch zur nächsten Programmvorschau. Ist jetzt in erster Linie ein Spiegel, nämlich eine ganz wundervolle Predigt, ein ganz super Ostern Gottesdienst mit Jakob, also dem Pfarrer Czarnke. Und ja, das musste ich raushauen, weil das wirklich so genial ist, so perfekt, so wunderbar. Das könnt ihr dann schauen, hören bei VK, bei Bitshoot, die sich, ne, auf Wagenews TV stelle ich es jetzt nicht hoch, weil da habe ich das schon reingestellt. Ich kommentiere es zwar noch am Ende, aber das ist jetzt nicht, es geht mir jetzt hier um den Spiegel. Und ja, also geht jetzt nicht bei Wagenews TV raus. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.